Ein Ford Focus ist hier zum Verkauf angeboten. Der rote Kombi hat fünf Türen und bietet fünf Sitzplätze. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 23.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Ende 2012. Der Kombi bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter, Einparkhilfe und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der äußerst sparsame Diesel eine Leistung von 105 PS an ein Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 3,4 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 15.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.